so leute wir sind drin jetzt geht's los ab zu fifa 13 wir haben gerade so eine maske bekommen dann muss fifa mal so wir suchen jetzt fifa und bis später die schlappen da links auch ja mach mal richtige mülpse alter man fußball billiard auch noch nicht so was gesehen hier ist der stefan so wir sind jetzt angekommen immer noch auf der suche nach fifa 13 das zeigt euch mal ein bisschen so ey lass mal teckeln zocken, teckeln, bisschen kicken oh was ist das hier los wo sind wir denn hier black fox 2 alter richtig geil hier geil ist das hier aber in justice Was ist denn das? Ich glaube, wir haben jetzt einen vermerksten Fotos. Wir sind jetzt auf dem Weg dort hin. Ist doch immer das Borderlands 2 hat man. Das ist eine geile Kamera hier. Wir treffen jetzt gleich die Hamburger Youngstars. Hier sehen wir Call of Duty Black Ops 2. Oh, wie leid er nicht reinkommt. Vier Stunden Wartezeit, aber für keiner, Boss. Die NBA-QC13. Da ist schon die A. Das ist schon die A. Das heißt, FIFA ist in Sicht. Da wird ja mein Gürtel sehen. Oh hier, was ist das denn hier? Was ist das für eine geile Quali hier? Boah, guck mal die Quali hier. Hier Test Drive Ferrari Racing Legends. Die Quali ist schon mal geil, ey. Ich zeig euch noch mal ein bisschen. Geh mal Gas, Junge, wir wollen auch socken. Ich kriege ihn frisch. Bleib auf der Fahrbahn, Mensch. Hier ist jetzt, woher kommt. Hier sieht die Fahrzeuge aus. Die Fahrzeuge sind auch ein Brumma. Die Brumma am Lenkrad. So, Stefan sitzt jetzt am Lenker. Geh mal Gas, Stefan! Stefan! Gib ihm Stefan! Zeig mal deine Cam. Sandros Cam, geil, Alter. Dieser 50er Oberarm. Ich bin der erste geworden. Was wollen sie machen? Alter, die Cam von mir. Hä? Die Cam von mir schon. Ja, Mann. Der Parkway ist echt geil. Alle hier am Schlafen. Hey, Fifa, Alter. Fifa 13. Ich seh schon. So. Ey, schau. Du bist nicht da hinten. Boah, ich seh nur diesen Fifa. Fifa 13. So. Boah, Sim City hier, Alter. Boah, was ist das denn, Alter? Sieht voll geil aus. So, da vorne ist es endlich. Fifa 13. Man sieht schon Messi auf dem Cover. Boah, guck mal rein. Wie viel Speedline, Alter. Die Autos. Boah. Hier, Lass mal mit Schild hier durch. Ich bin viel Fifa. Hier, wollen wir durch. Was ist das für eine Schlange, extra für Kiefer hier? Lass mal, ich rufe Jams das und dann gehen wir zu dem. Wo sind die denn? Die sind schon weiter vorne. Lass mal gehen. Es geht bei denen. Wir sind nicht sauber, Alter. Mach Platz hier, Alter. Der kommt nicht. Komm doch, Alter, mal. Mach mal so, Alter. Können wir nochmal spielen? Wer alleine? Ist doch ganz allein hier. Wer kommt denn allein hier hin? Das Spiel, das Spiel, das Spiel. Das Spiel, das Spiel. Das Spiel. So und gerade hier beim FIFA 13 Stand. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.